Ja, hier wieder beim Koani und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare und ich bin mal gespannt, wie diese Runde hier ablaufen wird. Ich habe gerade schon so ein bisschen vorher mal ein bisschen gespielt und ich muss sagen, das waren die langweiligsten Plants vs. Zombies Runden, die ich seit langem hatte. Meine Team hier ist so ziemlich das newigste Team, was es gibt und sie haben zur großen Last auch noch mich dabei und hier geht gar nichts. Also immer wenn ich hier bei denen gespielt habe, da ging gar nichts groß und wir konnten keine Gärten einnehmen. Also sind immer im ersten Garten gescheitert und andersrum muss man sagen, dass das auch nicht viel besser war, weil da wurden wir sowas von weggerusht. Das habe ich echt selten gesehen. Recht bruselig, aber es hat jetzt gerade mal gut angefangen, zumindest killmäßig für mich. Also wirklich, äh, könnt ihr diese, diese Spiele, wo, 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 wo wirklich gar nichts geht? So. Und, ähm, ja, solche Spiele hatte ich jetzt gerade drei hintereinander. Also sowohl auf Pflanzen als auch auf, äh, Zombie-Seite. Oh, hier schon mal so rein smocken. Einnehmen. Ja, oh, wir haben eine, äh, das ist, glaube ich, äh, Rekord. Wir haben, äh, eine Basis eingenommen, einen Garten eingenommen. Oh, und ich schieße daneben. Ja, jetzt habe ich ihn erwischt. Sehr gut. Ich bräuchte mal Heil-Zombies, aber ich habe leider keine mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchen Packs die so vorkommen. Ich glaube, sie kommen gar nicht mehr, in welchen Packs. So, da habe ich, äh, den Kollegen erwischt. So, hier geht's ein bisschen auf Smock. Ah. Oder auch tot, für den Kmaler. Naja. Dafür, dass ich hier die OP, äh, klasse spiele. Also, zumindest war sie mal nicht. Ich halte sie nicht mal so super gut aus, aber... Na ja. Da oben stehen sie schon wieder drinnen. Jetzt mal ein bisschen hier an die Seite und dann schicken wir da doch mal eine Rakete rein. Dann gucken wir mal bei einem Treffen. Leider nicht. Aber für so Treffen ein bisschen was. Jo. Ja, komm raus. Äh, er traut sich nicht. Dann kommt schon der nächste hoch und wird von einem Schnapper gefressen. Aua, aua, aua. Und da springt ich, ja, spring ich nur. Und, äh, äh, ja. Der Operation hat mich jetzt auch, äh, gekillt. Hier, meine Zombies nehmen den Garten ein. So muss das sein. So, und wir gehen mal ein bisschen hier so hinten rum, weil da vorne ist irgendwie noch ordentlich was los. Da ist auch noch ein, äh, Erbsenagent. Der denkt, er könnte da, äh, jetzt groß noch was gegen alle Zombies reißen. Der ist immer noch da, ne? Jetzt glaube ich nicht mehr. Ich habe ihn schreien gehört. Ja, dieses, äh, diese Runde scheint so ein bisschen besser zu sein. Ähm, für meinen Geschmack rushen wir hier schon wieder viel zu krass durch. Aber mal gucken. So, da oben. Na, da kommen schon wieder die Pylonen-Schläge von... Da ist noch ein Kaktus. Friss Nebel. Oh, was hat mich jetzt, äh... Ach, der da hinten wieder. Okay. Der Operation. Okay. Gehen wir auf Operation-Jagd. Der scheint sich ja hier auf mich eingeschossen zu haben. Frage ist, ob wir ihn kriegen, weil die... Der Kaktus versteckt sich ja gerne mal. Oben snipern sie schon wieder rum. Also Plasma-Erbse. Das ist doch der Operation, oder nicht? Näh, daneben. So, endlich mal wieder ein Kill. Mit der Bärenwerfer. Na gut, holen wir mal die Top-Pflanze weg hier. Die nervt nämlich auch. Da hinten... ...noch mal einen Erbsenagenten. Oh, der haben wir sogar gekriegt. Krass. Okay, der war... ...wohl ein bisschen down. ...bisschen vollnebeln. Wir haben nur noch einen Lebenspunkt, Leute. Wenn wir jetzt noch mit einem Lebenspunkt was kriegen hier... Ja, das ist so... Ist er das wieder? Ist er das wieder? Er ist es wieder! Verdammte Scheiße! Drecks mit Ansage! Mein Mikrofon geht hier gerade ab wie Schmidts Katze. Ich hoffe, das geht gleich auf der Aufnahme. Wir müssen mal ein bisschen weiter weggehen von dem Mikrofon. Ah, ist das ärgerlich. Immer am Silben zu sterben. So, aber jetzt scheint hier Schluss zu sein. Die Pflanzen verteidigen jetzt ordentlich. Da oben steht er wieder. Sack. Da oben steht er. Ja, nimm die Rakete. Ja, endlich! Bezwungene Erzfeinde. So muss das sein. Den Schnapper holen wir uns auch. Oder den Kaktus werfen wir, das hier ist. Gerade. Den Schnapper. Hier. Gas! Ist noch ein Schnapper unterwegs. Zwei Schnapper sogar. Und ein vollgeschleimter Ingenieur. Immer nach hier hinten. Nehmen wir uns was Heilung mit. Denke ich zu ne Lust drauf. Heilung! Süßer, bitte süßer Heilung. Zieler Obero. So, noch einen gekriegt. Sehr gut. Das ist der Schnapper. Den haben wir auch gekriegt. Sehr gut. Dies läuft. So, die Kollegen können jetzt hier mal einnehmen. Oder auch nicht. So, das war's mit dem Garten hier. Ach, den haben wir nicht mal ich gekriegt. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und zwei Sprünge dafür verschwendet. Mehr oder weniger. So, ist er das wieder? Hier, der Sack. Stirb! Wahrscheinlich tötet der mich jetzt wieder. Oh, oh. Der Schnapper kommt. Sehr gut. Hier wird voll genebelt. Und da hinten steht ja wieder der Operation. Wir schnappen mal jetzt ordentlich einen verpasst hier. Komm, den kriegen wir doch. Das ist der Operation. Ah, und er kriegt uns, oder? Bis er... Es ist es, es ist es wieder. Eins zu vier. Oh Gott. Operation, die Sau. Wenn du das hier siehst, warte ich mal. Kriegsgall. Ich glaube, das ist er gar nicht. Hier geht schon wieder den Schnapper, schon wieder in die Offensive. Können wir den, können wir den, können wir den, können wir den. Der ist schon tot. Hier oben. So, jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen einnehmen hier. Aber wir sind auf gutem Weg. Wo ist der Erbsenagent? Oder irgendwo ein Erbsenagent? Vorlage mal erzielt. Ich habe jetzt voll in den Boden geschossen. Das war echt ganz ulkig. Ich kämpfe immer noch so ein bisschen mit, ähm, mit Lags, weil ich, äh, über einen recht schlechten Ping hier, äh, spiele. Eigentlich geht das, aber manchmal merkt man es. Nicht, dass ich, äh, was das alles daran liegt. Erbsenagent. Na. Hammer. Sehr gut. Verbündenden auch noch gerettet. So muss das sein. So, den haben wir auch. Da ist der Kaktus. Den haben wir auch. Läuft. Da hinten ist noch ein Kaktus. Na. Ah, und jetzt hat er niemand anders gekriegt. Ah, so ärgerlich. So ärgerlich. So ärgerlich. So, könnte mal jemand, äh, so gut sein und mir eine Heilung hinstellen. Ah. Hier, da ist doch jemand, der heilen kann hier. Du musst doch ein bisschen... Oh, der sich weckt, der sagt. Ist doch nicht wahr. Ja, ja. So geht das. Mit der Heilung. In der einen Sekunde ist sie da, in der nächsten schon wieder weg. So, hallo. Dann wieder runter. Da ist der Schrepper. So, und dann gehen wir wieder nach oben. Gucken wir mal, wer da weg ist hier. Und nehmen wir auch mal ein bisschen ein. So ein bisschen. So ein Smog. Ah, und beide hat er gekriegt. Wer war's? Endlich mal nicht, dieser komische Operation. Und ich werde wiederbelebt. Das ist gut. So, drei Leute nehmen ein. Da oben steht der Erbsenagent. Und da versteckt sich... Yo, im Sprung geschafft. Im Sprung. So, hier hinten kommen die Zombies schon lang. Ist okay. Läuft. Warum nimmt keiner ein? Muss ich wieder alles machen hier? So, und da habt ihr jetzt die Verzögerung gesehen. Das ist irgendwie auch nicht so geil. Ich schaffe das hier schon ganz alleine. Sehr gut. Läuft. Hier oben. Gucken wir auch mal, was soll er da hinten den kriegen. Ah, ne. Ah, da holt er sich uns weg. Der Konzio. Konzio. Naja. Gut. Aber ich muss sagen, das ist jetzt wirklich die erste Runde seit drei oder vier, die wirklich hier spielbar ist. Mag jetzt auch sein, dass wir ein bisschen gewinnen. Aber ich finde jetzt nicht, dass wir hier so durchrushen ohne Ende. Also, das macht schon Bock. So. Tod gegen Tod. Boost alone. Daneben stand da wieder der Operation, glaube ich. Oh, ein Kornschlag. Mitten in der Basis der Zombies. Da ist eine Feuererbse unterwegs und macht ordentlich Trouble. Dann gehen wir mal so ein bisschen rüberjumpen. Okay. Dann versuchen wir mal hier mal ein bisschen Zombie-Power zu holen. Und schon wieder so ein bisschen lag. Aber gut. Man wechselt nix. So. Okay. Der kommt jetzt gleich hier rum. Ah, ich habe ihn nicht gekriegt. Wollen wir mal ein bisschen einnehmen. Hallo. Zu dritt einnehmen. Macht Spaß. Oben geht noch ein bisschen Smog rein. Ah, das war's. Aber jetzt seht ihr mal, es ist so ein bisschen, ist es immer alles ein bisschen zeitverzögert hier bei mir. Zumindest kommt es mir so vor. Kann auch sein, dass nur die, äh, die Animationen ein bisschen spät schalten. Aber das wird's wohl sein. Das macht die Sache nicht angenehmer. Vielleicht ein bisschen Schnapper, der wollte Trouble. So. Einnehmen, Leute. Jawohl. Das ist ein Kastringer. Haben wir doch. Das haben wir doch. Das haben wir doch. Ist das der Operation eigentlich? Ja, den haben wir jetzt eine Vorlage, oder? Der andere. Er hat er. Ah, das ist Erbse. Der Kollege. Ist er von den Walnüssen gestorben. Da sind sie schon wieder und schießen und schießen ihn im Gang runter. Ja, das war Dummheit von mir. Da hat der Konzio... Natürlich, äh, super Leistungen gebracht da, an der Seite. Da ist der... Ist das der Operation? Mann, Mann, Mann. Der macht hier aber echt... Einen guten Job, der gute Operation. Aber er hat mich schon lange nicht mehr getötet. Ich meine, ich will es nicht beschreien, aber, ähm... Ist jetzt schon eine Weile her. Ziemlich peinlich von den Operation. So, einmal hier durch. Hier ist der Teleporter. Leider bin ich kein Ingenieur. Ich würde ihn sofort aufbauen, aber, naja. Aber hier noch ein bisschen... Das Ding da kaputt machen. Damit die Ingenieure schneller vorbeikommen. Oh. Wo muss das jetzt eigentlich hin sein? So. Komm hier, Wissenschaftler. Tu dein Werk. Na, ich komme da natürlich nicht durch. Lass da, wir... Wir schrien haben was. Beschrien haben was. Und der Operation killt uns. Und ich sag noch, der Operation tötet uns gar nicht mehr. Und zack, alles passiert. Naja. Naja, naja. Versuchen wir mal ein... Oh, was gibt hier? Ja, alles schon, Kollegen. Und... Schon voll im Bilde. So, da müssen wir jetzt eigentlich mal... Ja, und der Operation wieder. Der macht... Echt, der ist gut. Den Mann kann man gebrauchen. Ein Zombie ist drin, aber wir haben nur noch eine Minute. Vielleicht versuchen wir mal da hinten irgendwie die Treppe hochzulaufen. Da ist aber eine Sonnenblume auf jeden Fall. Haben wir gerade da hochlaufen gesehen. Da kommt auch ein Erbsenagent. So. Und wir werden von hinten angefragt. Ja. Nee, das geht nicht. Da sind zu viele. Wir verteidigen zu gut. Und sie haben Operation. Drei Zombies drin. Okay, kommt noch. Einer geht noch, einer geht noch, einer geht noch, einer. 18, 17. Naja, das wird schwer. Wo sind die ganzen Wissenschaftler? Boah. Wir sorgen noch mal für ein bisschen Ablenkung. Ja, noch einer drin. Sehr gut. Ja, wir haben es doch geschafft, Leute. Da ist noch ein Vierter reingegangen. Puh, das war knapp. Letzte Sekunde. F-Titch. Aber trotzdem ist hier, äh, die Pflanzen, äh, okay. Anscheinend war es doch nicht, äh, rechtzeitig. Naja, 12.925 Münzen. Für mich, äh, in Ordnung, finde ich. Naja. Unter ferner liefen Platz 3 mit 18 Kills. Wo ist der Operation? Natürlich mit 34, der Killer. Ja, wir holen uns ein paar Sticker. Irgendwas, was glitzert. Oh Gott, ist das scheiße. Ich finde, dieses Glitzerzeug sieht meistens nicht so geil aus. Es mag andere Leute geben, die das cooler finden. Aber so, ich suche jetzt mal. Hier müsste es doch eigentlich auch so Sachen geben. Hier mit Heilzombies. Ja. Da. Drei Stück. Sehr gut. Ich habe wieder Heilzombies. Juhu. Okay. Bis zum nächsten Mal. Äh, have fun. Neuer Quali. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.